Power Inspekt hat sich besonders im Bereich Laserscannen stark verbessert. In diesem Beispiel sollen gescannte Daten mit Hilfe der Punktewolke-Symbolleiste geändert werden, um fehlerhafte Daten zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten, Bereiche auf einer Punktewolke auszuwählen. In diesem Fall wird das Lasso-Werkzeug verwendet. Sobald die unerwünschten Daten entfernt wurden, können Sie eine schnelle Ausrichtung am CAD vornehmen. Diese Punktewolke kann dann auf die CAD-Daten berechnet werden, so dass die Bereiche, die sich innerhalb oder außerhalb der Toleranz befinden, hervorgehoben werden. Sie können Merkmale wie Bohrungen und Kugeln extrahieren, indem Sie Bereiche der Punktewolke auswählen und Bemaßungen erstellen. Sie können alternativ auch Bemaßungen messen, indem Sie eine Geometriegruppe erstellen und einfache Merkmale messen. Hier wird beispielsweise ein Kreis gescannt und automatisch mit den Daten aus dem Sequenzbaum gemessen. Punkte lassen sich außerdem ganz einfach beschriften. Sie können mit Power Inspect einzelne Punkte oder ganzer Bereich des Teils auswählen und Punkte beschriften, die eine maximale oder minimale Abweichung vom CAD aufweisen. Wenn Sie die Unterarbeitung Ihrer Punktewolke beenden möchten, können Sie diese außerdem in einer Reihe verschiedener Dateiformate, unter anderem STL, exportieren.